Freut mich, dass ihr euch so früh hier eingefunden habt zu dieser frühen Stunde, um meinem Vortrag zu lauschen. Die Evolution eines Projekts von Bathwater zu Wide Open ist der Titel. Ich erkläre gleich noch, wie es zu dem gekommen ist. Im Endeffekt ist es so eine Art Revue an die Entstehungsgeschichte des Projekts Open Attic, an dem ich beteiligt bin, was uns so in den letzten Jahren widerfahren ist, wie es dem Team ergangen ist, wie wir gewachsen sind. Und das Ganze mehr im Sinne einer losen Sammlung von Anekdoten, Schlüsselereignissen, gesammelten Erfahrungen am Ende so ein bisschen. Ich musste ziemlich viel schon an dem Material rausschmeißen, weil ich habe einfach so viel, was ich erzählen könnte. Ich hoffe mal, ich komme von der Zeit hin. Wir müssen mal schauen, wie es läuft. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich diesen Vortrag auch in diesem Format halte. Also ihr seid so ein bisschen auch die Beta-Tester. Aber mal schauen, wie es läuft. Erstmal vielleicht kurz was zu mir. Ich bin in diesem Linux- und Open-Source-Umfeld schon seit Mitte der 90er Jahre unterwegs. Habe mit Linux während meines Informatikstudiums angefangen. Habe danach eine Zeit lang bei der SUSE gearbeitet. Habe bei MySQL gearbeitet, bin über MySQL bei Sun Microsystems und später bei Oracle gelandet. Habe mich dann ein bisschen mehr in kleineren Firmen rumgetrieben und bin jetzt vor fast zwei Jahren mittlerweile bei der SUSE wieder gelandet. Das war also mal so ein großer Zirkel, den ich da gedreht habe. Das meiste dieser Zeit habe ich tatsächlich aus dem Homeoffice herausgearbeitet. Ich wollte noch so einen Warnhinweis machen, wie man ihn auch so Zigarettenpackungen enthält manchmal hat. Dieser Vortrag wird viele Anglizismen enthalten. Also seht mir das nach. Dadurch, dass ich wirklich schon so lange ausschließlich zu Hause sitze und eigentlich den ganzen Tag nur auf Englisch kommuniziere, ist so ein Vortrag auf Deutsch manchmal echt schwierig. Und ich habe teilweise abends, wenn ich aus meinem Büro in die Küche zur Familie komme, manchmal Wortfindungsstörungen, wenn ich mich mit meinen Kindern unterhalte. Also es ist echt faszinierend. Faszinierend. Witzigerweise habe ich zu einem ähnlichen Thema vor genau drei Jahren hier schon mal was erzählt, in exakt diesem Raum. Ich habe damals gerade bei der Firma IT Novum angefangen und habe da was über Open Attic hier erzählt. Es ist viel passiert seitdem, so viel kann ich versprechen. Und gerade über diese Ereignisse würde ich ganz gerne mal ein bisschen referieren. Wie es zu dem Vortrag gekommen ist, ich hatte vor kurzem mal diesen Tweet abgesetzt, weil ich eine Studie gelesen hatte, die die Mozilla Foundation mit der Firma Open Tech Strategies entwickelt hat. Eine Studie namens Open Source Archetypes, a Framework for Purposeful Open Source, wo sie im Endeffekt einfach so verschiedene Open Source Projekttypen klassifiziert haben, wie die aufgestellt sind, wie sie mit ihrer Community umgehen und haben denen halt teilweise auch recht prägnante Namen gegeben. Und da fiel mir halt auf, dass wir selbst als Open Attic Projekt wohl irgendwann mal als ein Bathwater Projekt angefangen haben. Später wurden wir dann zu einem Rocket Ship to Mars und mittlerweile sind wir in einem Stadium angelangt, wo die Definitionen schon ein bisschen fließend sind. Also das, was wir jetzt machen, passt eigentlich nicht so 100 Prozent in eine dieser Kategorien. Aber einzuordnen wäre es jetzt eher bei einer Multi-Vendor-Infrastructure-Projekt oder Wide Open. Ja, die Grenzen sind da auch fließend. Also die Definitionen sind schön und gut, aber man muss wahrscheinlich nur wenig Projekte finden, die so ganz exakt in diese Klassifizierung reinpassen. Schuld ist Felix hier vorne, der hat den Tweet gesehen, hat gemeint, hey, das klingt doch interessant, mach doch da mal eine Kino zu. Ja, und hier bin ich. Gut. Anfangen möchte ich mit den Early Days. Angefangen hat Open Attic im Jahr 2010 bei der Firma IT Novum. Dieser Teil ist allerdings so ein bisschen mehr vor meiner Zeit und daher auch nur so basierend auf Hörensagen, Lesen von Webarchien und Ähnlichem und von dem, was ich halt in der Firma so mitbekommen habe, wie das Projekt an sich entstanden ist. Wie so viele Projekte fängt es an, auch da wieder ein englischer Begriff, scratching your own itch. Du hast ein Jucken, du musst es kratzen, du hast kein geeignetes Werkzeug dafür, also machst du dir eins. Bei IT Novum war es im Dezember 2010 so, dass die Firma früher die Rechenzentrumsabteilung eines größeren, sehr traditionellen Produktionsbetriebs, die dann als Spin-off eigenständig waren, aber weiterhin auch eben für diesen Betrieb IT-Dienstleistungen erbracht haben, unter anderem Storage. Und es ging zu dem Zeitpunkt darum, die doch etwas betagteren NetApp-Pfeiler durch was Neues zu ersetzen und ob der Preise, die der Hersteller da ausgerufen hat, dachte man sich, das geht doch bestimmt auch irgendwie anders. Und ja, jung und wagemutig, wie man halt so ist, fängt man an, sowas selbst zu machen. Im Prinzip, das ist so ein bisschen Rückgriff auf den Vortrag, den ich vor drei Jahren gehalten habe, Linux bietet all diese Dinge, diese Technologien von Haus aus. Was aber irgendwie fehlt, ist halt eine schöne Oberfläche drumherum, die das Ganze vereinheitlicht und auch einem weniger Linux-affinen Administrator irgendwie zugänglich macht. Und so hat man halt eben angefangen, erstmal in-house an diesem Open-Attic-Projekt zu arbeiten, hat im Endeffekt eine Infrastruktur, Architektur einer bestehenden internen Open-Source-Applikation recycelt, weil da gab es schon Web-Interface und alles Mögliche und hat dann da einfach ein Storage-Management-Interface drauf gemacht. Im Laufe der Zeit hat sich dann diese Applikation herausgestellt, die auch im Laufe der Jahre immer mehr an Features hinzugewonnen hat. Im Hintergrund werkelt ein Python-basiertes Django als Application-Server und die Web-Oberfläche, die man hier sieht, ist mit einem Framework namens XJS geschrieben. Sieht so ein bisschen Windows-like aus, man hat so links so eine baumähnliche Navigationsstruktur. Und Automatik war dann irgendwann in der Lage, wirklich rund um alles, was man so im Storage-Bereich managen kann, mehr oder weniger abzudecken. angefangen mit, man macht LVM, macht da ein Filesystem drauf, legt ein Samba-Share drüber. Man kann mit DRBD zwischen zwei Nodes hin und her spiegeln und alles Mögliche. Hat also nach und nach immer weiter auch an Funktionalität dazugewonnen. Später kam dann noch Unterstützung mit das ZFS-Dateisystem oder ButterFS hinzu. Man konnte Snapshots anlegen. Also ist im Laufe dieser Zeit sehr gewachsen und hat sich dann irgendwann auch neben einem Inhouse-Projekt in ein Produkt umgewandelt, weil die Leute bei Atenovum halt gesehen haben, hey, das ist ja irgendwie ganz cool. Wir müssen ja irgendwie auch mal neben unserer Muttergesellschaft mal langsam Kunden ansprechen, um unsere Selbstständigkeit voranzutreiben. Und dann hat man angefangen, aus diesem OpenATIC ein Produkt zu machen. Es gab also dann eine Enterprise und eine Community-Version. Man hatte dann auch erste Kunden und das Ganze basierte halt eben auf dieser ursprünglichen Open-Source-Lösung. Wobei Open-Source zu dem Zeitpunkt primär eigentlich nur die Lizenz war, unter der die Software veröffentlicht worden ist. Also es war jetzt nicht so, man hatte zwar auch eine dedizierte Website, wie man das hier sieht. Es gibt sogar hier so einen Community-Balken. Da gab es dann ein Forum, wo man sich austauschen konnte. Aber es gab damals auch schon eben eine duale Lizenz. Das heißt, es gab eine Community-Version, die stand unter der GPL. Und dann gab es die Enterprise-Version, die dann noch ein paar zusätzliche Features enthalten hat, die man nur gegen Einwurf kleiner Münzen bekommen hat. Duale Lizenzen haben immer die Konsequenz, dass ich, wenn ich als Open-Source-Contributor etwas dazu beitragen möchte, ein Contributor-License-Agreement unterzeichnen muss. Weil ich muss dem Projektinhaber irgendwie die Rechte einräumen, dass er meine Arbeit nicht nur unter der Open-Source-Lizenz weiterverwenden kann, sondern auch eben in der kommerziellen Version. Was die Hürde schon mal ein bisschen hochlegt, in dem Fall war es so, dass hier ist es zum Beispiel noch gar nicht vermerkt, irgendwo fand man dann einen Hinweis, ja, wenn du uns ein Patch schickst, musst du bitte ein Community-License-Agreement unterschreiben. Übrigens, da gibt es dieses Projekt Harmony-Agreements.org. Ja, keine weiteren Details, wie es dann weitergehen soll. Insofern, die Anzahl der Patches, die man zu dieser Zeit bekommen hat, tendierte wirklich gegen Null. Gut, ist halt wie es ist, aber das Team intern, was damit im Laufe der Jahre gewachsen ist, hat eigentlich auch für sich gute Arbeit geleistet. Es waren zu dem Zeitpunkt, als ich dazugekommen bin, ich müsste lügen, sechs, sieben Leute, glaube ich, die daran gearbeitet haben. Es gab also ein Forum, es gab einen IRC-Channel, wo die Entwickler auch erreichbar waren. Und man konnte sich halt eben die Open-Source-Version runterladen. Der Code selber wurde auf Bitbucket in einem Mercurial-Repository gehostet, das steht da ja auch noch. Allerdings war der Code so ein bisschen verstreut. Es gab ein eigenes Repo für die Web-Oberfläche, es gab eins fürs Backend, für Tests und QR. Dieses Repository war gar nicht auf Bitbucket, das war nur intern, also es war alles so ein bisschen nebulös. Als ich mir das am Anfang angeschaut habe, habe ich mich auch wirklich nicht so richtig da zurechtgefunden. Symbolfoto hier. Viele fragen sich, wo dieser komische Name Open Attic herkommt. Attic, der Speicher, Dachboden, was hat es damit auf sich? Die meisten Leute verbinden mit dem Dachboden ja eher so ein muffig-feuchtes Ding, wo man irgendwelche Sachen rein tut, die man jetzt erstmal nicht mehr so braucht. Passiert manchmal, wenn Leute, die nicht so gut Englisch sprechen, versuchen, einen Produktnamen zu erfinden. Also eigentlich, was sie meinen, Speicher-Storage. Aber Open Storage war eh schon vergeben. Also sagte man sich, was ist denn noch? Speicher auf Englisch, auf Matic, super. Dabei bleiben wir deswegen eben auch hier das Foto dieses Speichers, der ja auch mal eigentlich gar nicht so schlecht aussieht, muss man ja sagen. Gut, nur das so als Anekdote am Rande. Ja, das war so Stand der Dinge. Das war das letzte kommerzielle Support-Angebot, was da so verfügbar war. Ja, klotzen, nicht kleckern. Man hat hier schon vier verschiedene Optionen mit zig verschiedenen Unterscheidungen. Ich wage zu behaupten, dass auch das so ein Grund war, warum auch viele zahlende Kunden ein bisschen sich damit schwergetan haben, die Software zu adaptieren, weil es einfach sehr unüberschaubar war. Also die Seite geht da unten nochmal um die Länge weiter. Das hat jetzt nicht mehr in den Screenshot gepasst. Da wurde dann nämlich noch aufgezählt, was jetzt auch bei der Enterprise- und der Community-Version an Zusatzoptionen mit dazu buchbar ist. Es war schon recht kompliziert. Aber gut, das war Stand der Dinge. Viele der Module musste man halt extra dazukaufen. Die waren gar nicht Open Source, aber das Grundangebot der Community-Version war schon recht brauchbar. Das muss man schon sagen. Hatte eigentlich auch über den Verlauf dieser Jahre einen guten Stand erreicht. Hatte also schon eine Anwendergemeinde und Ähnliches, aber es war halt noch Potenzial für mehr. Auch interessant, 2014 war das Jahr, in dem das erste Mal dieses Projekt für OpenATIC relevant wurde. Ganz kurz in die Runde. Wer hat keine Ahnung, was Ceph ist? Okay, da sind ein paar Hände. Dann mache ich eine kurze Einführung. OpenATIC, wo es herkommt, ist das Management eines einzelnen Servers oder wenn es hochkommt, eines Paars von zwei Servern, die sich gegenseitig synchronisieren. Das heißt, der gesamte Speicherplatz ist lokal an den Rechner physikalisch angeschlossen, Lokalplatten, die damit gemanagt werden. Ceph ist ein verteiltes Speichersystem. Das heißt, man hat nicht nur einen Computer, sondern ein Rack oder ein Daten, ein Rechenzentrum voll mit Computern, die alle ihre eigenen Festplatten, ihre eigene CPU und eigenes Betriebssystem haben, die aber über diese Software Ceph zu einem Verbund zusammengeschlossen werden und damit untereinander für sich die Redundanz der Daten gewährleisten. Also es ist ein Objektspeicher-basiertes System, was über einen sehr smarten Algorithmus die Daten, die man in den Ceph-Cluster hineinwirft, so verteilt, dass immer eine gewisse Redundanz gewährleistet ist. Und das Schöne an Ceph ist, dass ich diese Daten halt über sehr viele Protokolle auch wieder herausholen kann. Also ich kann da das wie ein Dateisystem ansprechen, ich kann das wie einen Object-Store verwenden, also so ähnlich wie ein Amazon S3, gleiches Protokoll. Oder ich kann da Blockgeräte erzeugen, die ich dann ähnlich wie bei iSCSI auf meinem Rechner mappen kann und habe dann einfach ein Blockgerät, dessen Daten aber im Ceph-Cluster abgelegt werden. Also eine sehr spannende, sehr skalierbare Software, die in dieser Zeit allerdings auch unheimlich komplex war und sehr schwer zu managen und aufzusetzen war, weil sie eigentlich auch noch sehr früh in der Entwicklung war. Also haben die Open-Attic-Entwickler gedacht, hey, cool, unsere Kunden brauchen irgendwie sowieso mehr skalierbaren Speicher. Wir fangen an, Ceph als Projekt im Hintergrund mit anzusprechen. Wir haben dann angefangen, so die ersten Management-Funktionen einzubauen. Leider Gottes war auch das nur Teil der Enterprise-Version und hat damit leider relativ wenig Traktion gehabt. Gut, Ceph komme ich gleich auch nochmal zurück. 2015 ist das Jahr der großen Veränderung. Ich bin im Juli zur IT-Novum gekommen, nachdem ich vorher in Hamburg bei der Firma Team Drive anderthalb Jahre gearbeitet habe. Und IT-Novum hat mich als Product Manager für Open-Attic eingestellt, weil sie halt auch gerne irgendwie den Erfolg des Projekts mal ein bisschen vorantreiben wollten. Ich war so der Erste, der für dieses Produkt und auch für die Firma ausschließlich von zu Hause gearbeitet hat. Also ich saß in Hamburg. Die IT-Novum hat ihren Sitz in Fulda, ist mit ICE innerhalb von drei Stunden ganz gut erreichbar. Ich habe diese Tour in dem Jahr auch recht häufig gemacht, weil um dort Dinge zu bewegen, musste man schon auch immer mal wieder präsent sein, weil die Firma so, ja, sie haben halt bei der Einstellung gesagt, ja, Homeoffice machen wir auch, aber sie hatten eine etwas andere Vorstellung davon als ich, weil es ist ein Unterschied, ob man als Mitarbeiter in Fulda mal einen Tag lang zu Hause bleibt oder ob man wirklich in Hamburg ausschließlich von dort aus arbeiten muss. Also auch so ein bisschen einige der Herausforderungen für mich und auch das Team, mit dem ich da zusammengearbeitet habe, haben wir aber ganz gut gemeistert, muss ich sagen. Gut, also Juli 2015. Ja, und das Stichwort dieses Jahres war wirklich Öffnung in allen Bereichen, weil ich habe in meiner Vergangenheit bei MySQL zum Beispiel Community Relations gemacht. Also ich kann halt einfach nicht anders, wenn ich an einem Open-Source-Projekt arbeite, versuche ich das natürlich auch wirklich wie ein Projekt und mit einer Community voranzutreiben. Und wir haben also in dem Jahr massiv daran gearbeitet, von dieser Einstellung wegzukommen, ja, es ist eine Open-Source-Lizenz, wir schmeißen Code über in den Zaun und das war's, sondern haben versucht wirklich in so allen Bereichen zu öffnen, um das Ganze transparent nach außen zu gestalten. Also angefangen auf der Code-Basis, dass wir unsere ganzen Mercurial-Repositories zusammengefasst haben. Wir haben Entwicklungs- und Stable-Branches aufgemacht. Wir haben den Release-Zyklus erhöht, dass wir wirklich gesagt haben, alle fünf bis sechs Wochen machen wir einen neuen Release, um halt in schnellen Zyklen die Entwicklung voranzutreiben. Wir haben intern Dinge umgestellt, dass zum Beispiel der sogenannte Release-Captain, also der Teammitarbeiter, der den Release baut, durchrotiert, dass jeder diese Erfahrung mal gemacht hat und weiß, wie es geht. Wir haben unser gesamtes Issue-Tracking umgestaltet. Vorher war das alles auf einer internen Jira-Instanz. Wir haben dann von Atlassian eine Open-Source-Lizenz beantragt, konnten das dann eben kostenlos hosten. Und haben dann eben angefangen, wirklich alles, was es an Bugs und an Features gibt, erstmal in diese öffentliche Instanz zu importieren und dann alle weitere Entwicklungen und Arbeit nur dort in dieser öffentlichen Instanz zu machen. Wir haben angefangen, wirklich sehr strikt sogenannte Pull-Requests und Reviews durchzuführen. Das heißt, jeder Entwickler, der an einem Feature arbeitet, stellt den Code, den Patch zur Diskussion. Es findet ein Review-Prozess statt, es muss abgenickt werden. Auch das fand dann über Bitbucket in der Öffentlichkeit statt. Und wir haben auch wirklich da versucht, dass jeder Entwickler seine Meinung dazu gibt, selbst wenn es jetzt irgendwie ein Frontend-Teil war und dass derjenige ein Backend-Entwickler ist, einfach um so ein bisschen das Verständnis des Gegenübers zwischen Backend und Frontend zu verbessern. Und allgemein, ja, dieses über den Tellerrand schauen für die Entwickler war auch eine ganz wichtige Sache, dass sie einfach ein bisschen mehr ein Verständnis dafür haben. Vorher war es recht strikt getrennt. Ich arbeite am Django-Backend, du machst die Webfront-Oberfläche und jetzt hat man da so ein bisschen diese Vermischung gehabt. Und im Laufe der Jahre haben viel mehr der Kollegen auch angefangen, wirklich beides zu machen. Also wir haben mittlerweile Leute, die sowohl Backend als auch Frontend können und dann ein Feature in Eigenregie zum Beispiel fertigstellen. Und halt einfach auch da viel Dokumentation für jeden Pull-Request oder jeden Bug-Fix, den ich mache, muss es auch ein dazugehöriges Issue geben, wo dokumentiert ist, warum man diese Änderung macht. All dies im Zuge der Transparenz, was dann auch wirklich dazu geführt hat, dass wir nach und nach mehr Leute gefunden haben, die sich für das Projekt interessiert haben. In dem Jahr haben wir dann auch Version 2.0 von OpenATIC rausgebracht. Eins der großen Highlights, wie man unschwer erkennen kann, ist die neue Web-Oberfläche. Die jetzt statt XJS auf AngularJS gesetzt hat, mit Bootstrap und als Framework. Die ursprüngliche XML-RPC-API wurde durch eine REST-API ersetzt, weil auch das natürlich Entwickler mehr anzieht. Hat hier interessanterweise in der initialen Version weniger Features als die 1.x-Version, die es davor gab, weil wir halt einfach nicht rechtzeitig fertig geworden sind, aber gesagt haben, das, was wir da jetzt eingebaut haben, ist schon eigentlich auf einem guten Stand. Wir werfen es einfach mal raus und gucken, wie es aufgenommen wird. Projektstatus an dieser Stelle nach der Mozilla-Klassifikation, würde ich jetzt sagen, Rocket Ship to Mars. Also wir waren sehr ambitioniert und auch sehr tatenvoll und hatten eben mit dieser neuen Oberfläche auch einfach einen ganz neuen Spielraum und neue Herausforderungen zu meistern. Auch das Logo musste sich in der Zeit natürlich mal ändern, wie es halt so ist. Und ganz wichtig, in diesem Jahr haben wir wirklich alle Komponenten unter die GPL gestellt. Also all diese Module für Snapshots, DRBD und auch das Ceph-Modul, die vorher proprietär waren, waren jetzt unter der GPL und waren alle Bestandteile dieses einen Release-Baums. Im Zuge dessen haben wir auch das Geschäftsmodell über den Haufen geschmissen. Statt eben Lizenzen zu verkaufen, haben wir gesagt, wir machen ein recht einfach gestricktes Support-Modell. Weil im Endeffekt Infrastruktur-Software wie OpenATIC wird klar als Open-Source-Version für Privatanwender kein Problem. Aber Grazdeutsch ist so eine kritische Komponente, die wird kein ernsthafter Rechenzentrumsmitarbeiter einfüllen, ohne nicht irgendwie eine Rückversicherung zu haben, dass er irgendjemandem zur Not die Schuld geben kann, wenn es nicht richtig funktioniert, um es mal ganz krass zu formulieren. Also dieses warme Gefühl im Bauch, irgendwie jemanden zu haben, dem im Notfall Support dafür geben kann, war ganz wichtig. Und insofern haben wir ein relativ einfaches Support-Modell auf die Beine gestellt und die Software war im Endeffekt nur das Vehikel, um jemanden dazu zu überzeugen, eben bei uns Geld zu lassen. Und das hat funktioniert. Also wir hatten dadurch wirklich auch einen deutlich messbaren Anstieg, was die zahlenden Kunden anging. Was ich ganz interessant fand, war, dass wir unheimlich viele Anfragen von Hardware-Anbietern bekommen haben. Also OEMs, die irgendwie von ihren Kunden immer die Fragen kriegen, wir brauchen Storage, Netto ist uns zu teuer. Aber sie hatten halt nur die nackten Kisten und nichts, was irgendwie das Ganze managebar macht. Und die haben dann sehr häufig bei uns angefragt, ob man nicht Bundles machen kann, auch Matic mit denen ihre Hardware. Was auch eine Sache ist, die wir in dem Jahr aktiv geändert haben. Also wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen eine neue Web-Oberfläche, aber wir müssen Branding ermöglichen. Das heißt, das Look and Feel muss leicht anpassbar sein, dass ein OEM zum Beispiel sein eigenes Logo reinsetzen kann, seine eigene Farbgebung und so weiter. Und wir hatten dann wirklich viele Diskussionen mit auch sehr namhaften Hardware-Anbietern am Laufen. Den Namen, den ich nicht nennen kann, ist die Thomas Krenn hier aus Deutschland, die dann irgendwann auch Appliances auf Open-Attic-Basis im Shop angeboten haben. Wir hatten noch ein paar andere Partner, aber aufgrund der Veränderungen, die dann anstanden, sind die Geschäfte leider nichts mehr geworden. Gut. 2016 mittlerweile. Also wir haben gut losgelegt, viel geschafft. Ich hatte mittlerweile bei Open-Attic nicht nur die Rolle des Product-Managers, sondern aufgrund interner Wechsel- und Weggänge die Rolle des Team-Leads für das Entwicklungsteam übernommen. Was, wenn man sich das genau überlegt, ein bisschen schizophren ist. Ich bin auf der einen Seite der Produkt-Manager, der jetzt irgendwelche tollen Ideen hat, was man alles machen kann. Auf der anderen Seite, in der anderen Hälfte meines Gehirns, bin ich der Entwicklungsleiter, der immer Nein sagen muss, weil wir eh schon viel so beschäftigt sind. Es war eine interessante Balance und auch sehr lehrreich, muss ich sagen. Also ich hatte vorher halt schon mehrere Produkt-Manager-Rollen gehabt und musste jetzt halt eben auch mal mich in den Stuhl setzen, all diese Anforderungen irgendwie umsetzen zu können mit den Ressourcen, die ich zur Verfügung habe. Wir haben in der Zeit auch neue Kollegen eingestellt. Der erste Kollege, den ich dazu gebracht habe, saß dann auch in Hamburg im Homeoffice, sehr praktisch. Was dann auch natürlich weiter dem Team die Herausforderung gegeben hat, wirklich dieses Remote-Denken und Arbeiten sich weiter zu verinnerlichen. Was Community angeht, haben wir unsere Kollaborationswerkzeuge weiter ausgebaut. Wir hatten dann zum Beispiel ein öffentliches Etherpad noch. Wir haben einen Mumble-Server aufgesetzt, dass man öffentliche Telefonkonferenzen machen kann. Wir hatten eine Google Group eingeführt, weil man da halt sehr schön sowohl E-Mail als auch Forum in einer Version hat. Team intern haben wir den sogenannten English Thursday eingeführt. Das war auch eine ganz lustige Sache, weil wir bis dato halt immer nur auf Deutsch kommuniziert haben und im Zuge dieser Öffnung des Projekts halt aber auch gefordert waren, jetzt internationaler aufzutreten. Und dann haben wir gesagt, donnerstags sprechen wir auch intern nur Englisch miteinander. War am Anfang komisch, hat aber wirklich auch viel gebracht und man muss halt irgendwann mal über seinen Schatten springen und dann lief das eigentlich auch ganz gut, muss ich sagen. Mein großes Problem war es jetzt ja nicht unbedingt, aber viele im Team haben am Anfang doch so ein bisschen erstmal Hemmungen gehabt. Aber das hat sich mittlerweile gelegt. Im April mussten wir die ganze UI dann nochmal ein bisschen umdesignen. Vorher war die Navigation hier links, jetzt ist sie hier oben. Grund war, dass wir eine Komponente in dem Framework verwendet hatten, die von ihrer Open-Source-Lizenz her ein bisschen fragwürdig war. Uns wäre das wahrscheinlich gar nicht so aufgefallen. Schuld waren die Jungs hier. In diesem Jahr haben wir nämlich auch angefangen, mit der SUSE zusammenzuarbeiten. Also Anfang 2016 kam die SUSE auf die IT-Novum zu und haben gesagt, hey, wir haben hier unser SUSE Enterprise Storage. Das ist eben unsere eigene SEV-Distribution. Wir sind auf der Suche nach einer Management-Oberfläche und ihr habt da ja sowas. Wollen wir das nicht irgendwie zusammentun? Wir haben dann in dem Jahr eben eine Kollaboration mit denen angefangen, dass SUSE Entwickler zur Seite stellt, die an Open-Attic mitarbeiten. IT-Novum arbeitet mit SUSE zusammen. SUSE gibt so ein bisschen die Richtung vor, weil sie einfach auch, was das Thema SEV angeht, weit mehr die Experten waren, als wir das waren. Und wir haben dann so nach SUSEs Anforderungen Open-Attic in dem Jahr weiter in Richtung SEV entwickelt. Ziel des Ganzen war, SUSE Enterprise Storage Version 4 fertig zu kriegen. Die ging dann auch im Dezember zeitnah raus. Ich glaube, wir haben nicht so viel Verzögerung gehabt. Das lief eigentlich ganz gut. Und SUSE hat diese Zusammenarbeit mit IT-Novum so gut gefallen, dass sie das Projekt und das Team im November übernommen haben. Also wir waren die erste Akquisition, die die SUSE in ihrer Geschichte jemals vorgenommen hat. War eine spannende Sache. Und dafür, dass sie das das erste Mal gemacht haben, war es eigentlich eine sehr positive Erfahrung. Für viele Leute ist ja, oh Gott, wir werden übernommen. Was bedeutet das für uns? Stellt erstmal viele Fragezeichen. Aber so die Chemie und die Kultur von SUSE passte sehr gut zu uns. Und wir wurden wirklich auch mit offenen Armen willkommen geheißen. Also das war eine ganz spannende Sache. Lustigerweise war das Team, für eine ganze Zeit lang weiterhin in den Räumen der IT-Novum. Also die SUSE hat dann einfach die Büros der Entwickler so lange gemietet, weil man die halt aus Fulda jetzt auch nicht nach Nürnberg vertreiben wollte, sondern man musste irgendwie eine Lösung finden, wie die weiterhin in Fulda arbeiten konnten. Letztendlich hat SUSE dann in Fulda, in der Altstadt, ein paar sehr schöne, also so zwei Wohnungen angemietet, die zu einem Büro zusammengelegt worden sind. Und das können die Jungs und Mädels jetzt auch immer noch nutzen, wenn sie vom Büro aus arbeiten wollen. 2017 war dann das Jahr, was so irgendwie von Wachstum geprägt war. Zur einen Seite war die fortlaufende Integration mit der SUSE. Wir mussten halt irgendwie sehr viele unserer internen Tools und Prozesse an SUSE anpassen, die Kollegen kennenlernen, das neue Office in Fulda beziehen. Wir haben auch weitere Kollegen eingestellt. Also im Jahr 2017 kamen drei Leute mit dazu. Einer in der Nähe von Stuttgart, der auch von zu Hause ausgearbeitet hat, der Volker, den vielleicht manche von euch von seinem Projekt Open Media Vault kennen. Das ist ein anderes Open Source Projekt für Storage-Verwaltung. Dann haben wir noch zwei Kollegen in der Nähe von Lissabon in Portugal dazu gewonnen, waren damit jetzt auf einmal ein internationales Team, wo man ausschließlich Englisch kommunizieren musste. Und ja, das waren so einige der Dinge, die in dem Jahr waren. Parallel dazu lief natürlich die gesamte Entwicklung weiter. Mit der Übernahme hatte SUSE natürlich ein noch verstärkteres Interesse, dass wir Open Ethic in Richtung Ceph weiterentwickeln, um halt eben für zukünftige Enterprise-Storage-Versionen mehr Features zu liefern. Um den Herausforderungen gewachsen zu sein, haben wir unter anderem einfach mal während eines Team-Meetings alle unsere Repositories von Mercurial auf Git umgestellt, ohne den anderen Bescheid zu sagen. Hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können, aber es ging erstaunlich einfach. Und dieser Wechsel von Mercurial zu Git hat uns unheimlich die Effizienz beschleunigt, muss man schon sagen. Also Mercurial ist ein super geiles Tool. Und von der Benutzbarkeit, der Usability auf der Kommandozeile, meiner Meinung nach, geht auch deutlich überlegen, weil es halt einfach ein bisschen intuitiver zu bedienen ist. Bei Git kann man sich schneller in den Fuß schießen, um es mal so zu formulieren. Aber ein großer Nachteil, den Mercurial hat, ist, was das Thema Branches angeht. Und gerade wenn man halt irgendwie mit Pull-Requests arbeitet und den Code in ein Haupt-Repository überführen will, da hat Mercurial ein bisschen weniger Flexibilität, was die Verhältnisse von einem Branch in einem Repository zum anderen geht, um das mal so zu formulieren. Also wenn ich in einem Entwickler in einem Branch, ein Feature-Entwickler, dann wandert dieser Branch samt seinem Namen in das Haupt-Repository. Und wir hatten irgendwann halt Hunderte von Branches und das wurde unübersichtlich. Und bei Git kann man halt das Ganze ein bisschen flexibler gestalten, weil ich von einem Branch X in einen Branch Y mergen kann. Also der Branch-Name ist nicht so entscheidend. Und dann gibt es halt so Nettigkeiten wie dieses Rebasing und Squashing, dass man halt eine Sammlung von Änderungen nachträglich nochmal eindampfen kann, dass es nur noch ein einzelner Commit ist, was die Historie auch nochmal ein bisschen schöner macht. Das ist einfach so kleine Nettigkeiten und für uns ganz wichtig, dass jeder Commit automatisch mit Git minus S signiert wird, dass man diese Signed-of-By-Linie hinzugefügt bekommt, weil das nämlich das Einzige war, was wir nach der Umstellung auf die GPL von einem Contributor erfordern. Also das hatte ich irgendwie vergessen zu erwähnen, aber irgendwann haben wir eben auch dieses Contributor-License-Agreement nicht mehr gebraucht, sondern wir haben gesagt, der Code ist unter der GPL und das Copyright teilen wir uns im Endeffekt mit jedem, der uns einen Patch schickt. Also man behält sein Copyright an dem Patch und OpenAttic ist mittlerweile halt eben ein Open-Source-Projekt, was nicht nur von einer einzigen Firma sozusagen gehalten wird, sondern ähnlich wie der Linux-Kernel auch, durch diese Sign-of-By-Linie stimme ich als Entwickler halt zu bestimmten Regeln zu und damit ist der Code allgemein gut und das ist das Einzige, was ich machen muss. Also ich muss nicht vorher irgendein Formular ausdrucken und faxen, sondern ich mache einfach meinen Gitch, push und fertig. Sehr angenehm. Auch das hat dazu geführt, dass Leute mal eher bereits mal einen Patch oder einen Bugfix zu schicken. Das Logo kennen vielleicht nicht alle von euch, das ist Salt, die Firma SaltStack, die dahinter steckt, hat folgenden Grund, wir haben in 2017 einen neuen Branch von OpenAttic aufgemacht, wo wir gesagt haben, dass mit diesem traditionellen Storage Management, NFS und so weiter alles schön und gut, aber die Architektur, wie OpenAttic entwickelt worden ist, hat einfach nicht mehr zu der Art und Weise gepasst, wie wir es self-managen wollen, weil die Django-Applikation im Hintergrund, wie sie entwickelt worden ist, geht halt einfach stark davon aus, dass sie die volle Kontrolle über das System hat und genau, also darüber Bescheid weiß, wie das System konfiguriert ist. Also wenn ich ein Volume anlege, dann war in der Django-Datenbank dazu ein Eintrag, ja, dieses Volume existiert, diesen Share habe ich angelegt, dann war in dem Django-Model ein entsprechender Eintrag. Das klappt mit CEF nicht mehr, weil das ist ein verteiltes System von ganz vielen Knoten, die auch sehr autonom voneinander oder miteinander kommunizieren und Dinge ändern, um den Cluster am Laufen zu halten. Also wir haben wirklich die Herausforderung gehabt, wie kann man es schaffen, so ein an sich dynamisches System mit so einer doch eher starren Datenbank zu verheiraten, haben dann im ersten Schritt ziemlich wüst an Django rumgepatcht, muss man schon sagen, haben da ein System entwickelt, was wir die No-DB-Models nannten, also es waren immer noch Django-Models, aber die Information wurde nicht in einer relationellen Datenbank persistiert, sondern aus dem CEF-Cluster dynamisch herausgezogen. Also das war dann eigentlich nur noch so ein Abstraktionslayer und CEF selber war die Datenbank, in der Django oder von der Django seine Informationen bezogen hat. Bisschen hacky, ging aber ganz gut eine Zeit lang, aber auch sonst hatten wir die Problematik, dass dadurch, dass CEF eben ein Cluster aus Maschinen ist, wir keine richtige Möglichkeit hatten, aus der Web-Oberfläche heraus jetzt Änderungen an den Knoten vornehmen zu können. Und da kommt eben Salt ins Spiel, das ist so ähnlich wie Ansible, Puppet oder Chef, ein Tool, mit dem ich von einem zentralen Knoten aus einen Cluster aus Maschinen managen kann. Und das kommt uns halt sehr entgegen bei einem CEF-Cluster. Suse hatte auf Salt basierend ein Projekt namens Deepsea, was auch immer noch entwickelt wird, was halt eben speziell nur für das Management eines CEF-Clusters entwickelt worden ist. Und mit den Deepsea-Entwicklern zusammen haben wir dann eben OpenAttic 3.0 vorangetrieben, wo wir wirklich gesagt haben, wir machen eigentlich nur noch CEF-Management. Ja, und wir auch festgestellt haben, dass einfach viele andere Open-Source-Projekte dieses traditionelle Storage-Management mittlerweile viel besser können als OpenAttic und einfach auch die größere Community haben und mehr Traktion, wo wir dann gesagt haben, irgendwie scheint sich da jetzt gerade so eine Gelegenheit zu ergeben, vielleicht sollten wir mal in Richtung CEF weiter forschen und den anderen Teil Leuten überlassen, die es doch vielleicht besser und aktiver können. was sich im Endeffekt, glaube ich, auch als die richtige Strategie herausgestellt hat. Highlight in dem Jahr war, dass wir dann im Oktober 2017 SUSE Enterprise Storage 5 fertiggestellt haben, was dann halt wirklich exklusiv nur noch CEF bedient hat mit Salt im Hintergrund für das Management und zusätzlich noch Prometheus und Grafana für schöne, bunte Bildchen. Also das hat den Kunden sehr gut gefallen, hat auch wirklich einen großen Mehrwert gebracht und ist die Version, die wir jetzt auch weiterhin aktiv noch im Rahmen der Produktlinie pflegen. 2018, jetzt kommen wir ja schon in dieses Jahr, auf zu neuen Höhen. Wir waren als Open Attic halt eines der Open Source Projekte, die CEF Management machen. Auch da waren wir nicht alleine, da gibt es ein paar andere, die das tun. Wir hatten Anfang des Jahres allerdings die Möglichkeit oder die Gelegenheit, kann man fast sagen, uns weiterzuentwickeln, weil das CEF Projekt selber auch erkannt hat, dass sie irgendwie eine Management-Oberfläche brauchen, weil Kommandozeile schön und gut, aber sie wollen halt auch neue Nutzerkreise erschließen, das Ganze leichter bedienbar machen und hatten dann im Jahr zuvor schon mal mit so einem kleinen Dashboard angefangen. Das war im Endeffekt eine sehr rudimentäre Web-Oberfläche, die einfach nur so ein paar Performance-Daten angezeigt hat und sie hatten aber schon die Ambition, da mehr draus zu machen und da haben wir einfach die CEF Entwickler angesprochen, haben gesagt, wir haben da was, hättet ihr Interesse, dass wir das, was wir hier in Open Attic machen, vielleicht Upstream in CEF weitermachen, fanden die gut und das haben wir dann im Endeffekt auch gemacht. Das Dashboard, was ihr hier seht, ist das, was dann in diesem Jahr im Juni, Juli glaube ich, als CEF Mimic released worden ist. Man erkennt vielleicht, wo es herkommt, das ist so teilweise noch an Open Attic von der Web-Oberfläche angelehnt, aber im Endeffekt haben wir alles neu geschrieben, muss man schon sagen. Aber wir hatten halt einfach die Möglichkeit, basierend auf den Erfahrungen, die wir mit Open Attic gemacht haben, jetzt auf der grünen Wiese anzufangen und direkt im Upstream CEF-Projekt eine Management-Oberfläche einzubauen, die halt dann auch einen viel direkteren Zugang zu den Daten und Informationen hat, die wir aus CEF herausziehen müssen. Also das war für uns als eigenständiges Projekt immer eine große Herausforderung, erst mal herauszufinden, okay, wenn ich jetzt irgendwie eine Veränderung vornehmen will oder wenn ich eine Information brauche, durch welche API muss ich denn gehen und dieser Disconnect war einfach da und wir hatten öfters auch die Erlebnisse, dass im CEF-Projekt sich irgendwas geändert hat und wir nichts davon mitbekommen haben und Open Attic auf einmal Fehler geschmissen hat. Moin. Und all diese Hürden haben wir jetzt dadurch elegant umschifft, dass wir halt wirklich als Komponente im CEF-Git-Repo selber mit drin sind. Das heißt, unsere Tests laufen auch immer mit und wenn jetzt ein CEF-Entwickler irgendwas an seinem Code ändert und unsere Oberfläche geht dadurch kaputt, dann kriegt er die Fehlermeldung und nicht wir. Das ist sehr praktisch. Also wir haben angefangen, einfach mal einen Proof-of-Concept zu machen. Wir haben einfach mal die bestehende Web-Oberfläche auf Angular umgebaut, um zu zeigen, dass wir das können und nachdem wir da uns bewährt haben, haben die gesagt, jo, lass uns mal anfangen und wir haben dann als ersten Meilenstein für CEF-Mimic das Dashboard, das bestehende Dashboard im Endeffekt nochmal neu geschrieben, nur auch basierend auf einer besser skalierbaren Architektur. Also das Ganze basiert jetzt auch auf einem Python-basierten Backend. Wir haben eine Angular-Web-Oberfläche, also von dieser Konstellation schon sehr ähnlich, aber wir konnten halt wirklich gerade was das Backend im Hintergrund angeht, auf der grünen Wiese anfangen und hatten dadurch die Möglichkeit, die Dinge mal so zu gestalten, wie wir das wollten. Und ja, das war jetzt so der erste Meilenstein, das bestehende Dashboard soweit wie möglich ersetzen. Für die nächste Version von CEF-Nautilus, die Anfang nächsten Jahres rauskommen wird, wollen wir erreichen, dass wir all das, was wir vorher in OpenAttic drin hatten, im CEF-Manager-Dashboard drin haben, dass man dann eben auch für unsere bestehenden Kunden, sage ich jetzt mal, um mal Downstream-SUSE zu sprechen, die Möglichkeit zu haben, einen sanften Übergang von der eigenständigen OpenAttic-Lösung zu dem CEF-Manager-Dashboard zu haben. Das sind so die aktuellen Pläne. Diese Startseite sieht mittlerweile auch schon wieder ganz anders aus. Da tut sich gerade sehr viel. Und das Spannende ist halt, dass wir jetzt wirklich auch mit den CEF-Entwicklern der einzelnen Komponenten direkt sprechen und die uns Feedback geben und auch sehr gute Anregungen, wie man ihre spezielle Komponente am besten mit einer Oberfläche versieht. Also ja, wide open, um bei den Klassifikationen zu bleiben. Wir stehen hier auf einer grünen Wiese und können wirklich momentan sehr frei und basierend einfach auf der Erfahrung, die wir als Team gesammelt haben, Dinge vorantreiben. Und spannend finde ich auch, das CEF-Projekt war ursprünglich mal eine eigene Firma, die jetzt seit einigen Jahren zu Red Hat gehört. Die haben die Firma dahinter gekauft. Das heißt, wir arbeiten jetzt als SUSE-Entwickler mit unserem größten Wettbewerber Red Hat eigentlich Hand in Hand und treiben beide gemeinsam dieses Projekt voran. Co-appetition at its best, wie ich mal sage. Und klappt wirklich sehr gut. Also in dem Team, was an dem Dashboard arbeitet, sind neben dem ursprünglichen Team bei SUSE mittlerweile vier Entwickler bei Red Hat angestellt, die Dashboard machen. Und das hätten wir als OpenAttic eigenständiges Projekt wahrscheinlich nie hinbekommen. Also das ist auch einfach sehr spannend, jetzt diese neue Dynamik zu erleben. Und dadurch, dass wir jetzt im Upstream-CEF auch in dem Ihrem Issue-Tracker unsere Features vermerken, gestern kam einer aus Asien und meinte, ach, ihr wollt das da implementieren? Das haben wir mal in-house gemacht. Ich glaube, wir machen das mal für euch. Cool, ja, macht sehr gerne. Also diese grüne Wiese und der neue Anfang basierend auf den Erfahrungen ist momentan auch für das Team eine unheimlich spannende Sache, weil wir wirklich Dinge, die vorher einfach technologisch nicht so einfach umsetzbar waren, jetzt einfach mal machen können. Und das Feedback, was wir so zurückbekommen, bestätigt uns, dass das der richtige Weg ist. Wie gesagt, vollwertiger Sets hoffen wir dann im nächsten Jahr zu haben. Bis dahin wird OpenAttic auch weiter gepflegt. Wir haben vor einigen Wochen mal eine neue OpenAttic-Version rausgebracht, wo auch noch einiges an neuen Features gekommen ist. Aber man kann schon erkennen, wo der Fokus unseres Teams momentan liegt. Also OpenAttic hat einen guten Funktionsstand erreicht, ist jetzt aber mehr schon so in Richtung Maintenance und Bugfixes. Die neuen Features tun wir jetzt lieber in das Dashboard, weil es halt einfach mehr Perspektive bietet. Ja, Schultafel, was haben wir denn noch so gelernt? Jetzt kommen so ein paar Weisheiten am Schluss, so dumme Sprichwörter, mit denen ich gerne um mich werfe. Ich habe zu viele davon, um sie alle anzubringen. Ich hoffe mal, ich habe so eine kleine Auswahl getroffen, aber einfach mal so Revue passieren lassen, was denn so einige der Erfahrungen und Erkenntnisse waren aus den letzten Jahren, gilt eigentlich für alles. Da muss man viel Arbeit reinstecken und gerade der Aufbau einer Community ist etwas, was sehr viel Zeit und Energie erfordert. Insbesondere, wenn man in einer frühen Projektphase ist, da freut man sich über jeden, der sich das Tool überhaupt mal anschaut und mal einen Bug-Report gemacht hat. Und wichtig ist, dass man gerade diese Early Adopters mitnimmt und wirklich willkommen heißt und guckt, dass sie dann auch dabei bleiben. Also es hat viel mit Kommunikation zu tun, Offenheit. Letztendlich hängt aber der Großteil der Arbeit für eine ganz, ganz lange Zeit an dem Core-Team, nenne ich es mal. Also den Entwicklern, die wirklich irgendwie meistens bei einer Firma angestellt sind, dafür bezahlt werden, dass sie daran arbeiten. Bis man es mal geschafft hat, wirklich eine Community aufzubauen, wo Leute ihre Zeit freiwillig investieren, um das Projekt irgendwie signifikant voranzutreiben. Hängt von vielen Faktoren ab, aber natürlich auch einfach, wie attraktiv ist das Projekt, wie viele Nutzer hat es schon, wie zugänglich ist das Projekt, wie einfach mache ich es den Leuten überhaupt mal anzufangen, wie nehme ich sie an der Hand. Was uns viel Arbeit auch gekostet hat, war die Unterstützung der verschiedenen Linus-Distributionen, gerade als eigenständiges Open-Attic-Projekt. Die haben auf Debian angefangen, dann als ich dazu kam, haben wir noch RPM-Pakete für RH und CentOS dazugenommen, weil es einfach häufig angefragt worden ist. Aber allein das hat schon die Matrix von Testen so weiter echt explodieren lassen. Ja, Linux-Distributionen gibt es viele und jede ist anders. Und gerade wenn man eine Web-Applikation baut, muss man darauf achten, gibt es die Komponenten überhaupt? Kann ich denn diese Django-Version überhaupt benutzen oder falle ich auf die Nase, weil die Distribution noch eine sehr gut abgehangene Version davon hat. Und solche Diskussionen sind auch sehr zeitaufwendig und brauchen viel Energie. Open-Source für Infrastruktur. Das ist jetzt so meine Erkenntnis, basierend auf einmal MySQL und jetzt auch bei Open-Attic, was beides Open-Source-Lösungen sind, die im Infrastrukturbereich eingesetzt werden. Also irgendwo Rechenzentrum, wo man sich darauf verlassen muss, dass es funktioniert. Das gilt in dem Sinne vielleicht jetzt nicht für eine End-User-Desktop-Applikation, aber meiner Erfahrung nach sind die Leute eher bereit, Geld dafür zu bezahlen, wenn man es nicht als eine Lizenz verkauft, sondern die Software Open-Source ist und unter einer Open-Source-Lizenz steht, aber man Dienstleistungen anbietet. Und wirklich ganz klassisch bei Infrastruktur wollen die Leute eine Versicherung, irgendwie jemanden, der im Notfall das Telefon in die Hand nimmt oder eine Support-Infrage beantwortet. Wichtig ist eben auch, dass man es branden und customisen kann, dass man halt eben diesen OEMs die Möglichkeit gibt, die Lösung an ihre Bedürfnisse einzusetzen. Ich habe jetzt, nachdem wir jetzt bei Upstream Ceph gelandet sind, vor kurzem erfahren, es gibt eine Firma in England, die nennt sich Softiron, die haben eine Ceph-Appliance quasi gebaut. Ratet mal, was sie als Web-Oberfläche verwenden. Open-R-Tag. Ich habe das erste Mal davon gehört, weil die jetzt im Ceph-Projekt zugange sind. Das kann natürlich auch passieren, dass Leute dann einfach den Code nehmen und irgendwas damit tun und man erfährt nie wieder was davon. Und in dem Fall war es schade, weil sie einige Features eingebaut haben, die uns auch schon immer auf der Roadmap standen, aber wir nie dazu gekommen sind. Jetzt ist der Zug halt leider abgefahren, also jetzt werden wir die Arbeit nicht mehr machen, weil es ist zu spät. Ganz schlecht, wie gesagt, dieses duale Lizenzmodell, Community License Agreement, gerade wenn man dabei ist, gerade in der Community aufzubauen, sind das doch echt Hemmschuhe, die vielen Leuten ein ungutes Gefühl vermitteln und sich dann doch eher nach Alternativen umschauen. Und man braucht es eigentlich nicht. Also bei vielen Firmen, die Open Source Business machen, hängt so dieser Kontrollverlust im Nacken, dass sie irgendwie Angst haben, wenn wir das nicht irgendwie unter Kontrolle haben, kommt jemand anders und macht mit unserer Arbeit was Besseres. Und dann sage ich nur, dann müsst ihr halt einfach besser sein. Und dass nicht irgendwie diese Lücke nicht offen lassen werden. Offenheit, transparent for the win, das ganz wichtig, bei uns wirklich mit dem nach außen öffnen, dass Features und Issues öffentlich einsehbar sind, dass Leute überhaupt irgendeine Möglichkeit haben, einen Bug-Report abzugeben, dass die gesamte Entwicklung in der Öffentlichkeit stattfindet, wir also wirklich immer mit heruntergelassener Hose agieren. Hilft auch sehr bei der Qualität der Software, muss man sagen, weil man halt einfach weiß, da gucken auch andere drauf, wir können jetzt irgendwie unseren Schnoddercode nicht irgendwo verstecken. Ausführliche Commit-Messages habe ich mir hier noch notiert, Referenzen auf Issues, also dass man einfach wirklich sehr genau nachvollziehen kann, warum die Software sich jetzt in diese Richtung weiterentwickelt. Changelogs, nicht nur einfach Git-Commit-Messages in einen Changelog packen, sondern wirklich so ein bisschen vielleicht auch strukturiert schreiben, was ist denn in dieser Version neu, was hat sich geändert, was haben wir entfernt, welche Sicherheitslücken wurden behoben, einfach, dass man auf einen Blick schnell sieht, was ist denn der Mehrwert, warum soll ich diese neue Version aktualisieren, all das gehört für mich so ein bisschen zu Offenheit und Transparenz. Perfekt ist der Feind von gut genug, den Spruch lasse ich auch sehr gerne ab, hat bei uns geholfen, dadurch, dass wir die Release-Zyklen in der Zeit lang wirklich sehr hoch oder sehr kurz angesetzt haben und auch gesagt haben, wir knödeln jetzt nicht ewig an diesem Feature rum, sondern wenn es eine gewisse Grundfunktionalität erreicht hat, selbst wenn es noch nicht komplett ist, aber das, was wir jetzt haben, ist schon brauchbar und könnte vielleicht jemandem nutzen, schon mal in die nächste Version einbauen und auch mal auf Feedback warten. Nutzen es die Anwender überhaupt? Was kommt denn zurück und was kann man besser machen? Und welches der Features, die da dazugehören, ist denn eigentlich wichtiger? Und da einfach sehr enger mit dem Anwender im Kontakt zu sein und zu hören, in welche Richtung es gehen soll. Fail fast, wenn Dinge nicht funktionieren, auch mal schnell wieder sein lassen. Funktionalität vor Feintuning, habe ich gerade gesagt, halt nicht zu viel Zeit damit verwenden, die letzten Pixel noch in die richtige Ecke zu schubsen, sondern einfach mal anbieten und gucken, wohin der Hase läuft. Embrace change, ja, nichts ist beständiger als der Wandel, kann ich nur sagen. Und Veränderungen und Kurskorrekturen sind wichtig und hilfreich. Man muss sich ihnen öffnen und darf nicht sagen, so haben wir das schon immer gemacht, wir machen unseren Stiefel weiter. Das gilt einerseits sowohl für eine Software und ein Projekt, als auch für das Team, was dahinter steht, dass man sich einfach mal darauf einlässt und guckt, wo die Reise hingeht und das Beste draus macht. Aber das halt eben auch wirklich kommunikativ mit gestaltet und offen miteinander diskutiert. Auch das ist eine interessante Lehre. Wir haben uns immer mal wieder auch die Zeit genommen, Dinge anders zu machen, Architekturen zu ändern. Wenn das Fundament bröcklich ist, kann man keinen Wolkenkratzer drauf bauen. Und wir haben als Beispiel mit unserer Django-Applikation irgendwann gemerkt, passt nicht, wir müssen was ändern. Manchmal ist die Lösung vielleicht einfach nicht mehr in die Richtigen. Man muss doch sich nach was Neuem und schauen. Ja, fand ich auch ganz hilfreich. Wie gesagt, vorher hatten wir alles irgendwie über zig Repos verstreut. Am Endeffekt haben wir alles in eins geschmissen. Hat den Vorteil, dass wirklich auch alles immer zueinander passt. Ich kann mit diesem einen Git-Repo eine Version bauen. Ich habe die dazugehörige Dokumentation. Wenn ich irgendwie eine ältere Version nochmal bauen will, ist da auch dann das Bild-Skript drin, was zu dieser Version passt. Und all solche Dinge erleichtern einem das Leben ungenein, wenn man wirklich so Atomic alles auf einmal verändern kann. Ja, okay. Das war noch so. Doku insbesondere für Entwickler ist in der Anfangszeit meiner Meinung nach wichtig, dass man einem der Neuen zum Projekt in Zukunft an die Hand nimmt und schaut, hier, da machst du deinen Git-Checkout. Das ist das Kommando, mit dem du den Code erstmal durchbaust. Wenn du uns helfen willst, hier sind die Ressourcen. Das sind so unsere Anforderungen, dass das wirklich sehr klar schon mal dokumentiert ist. und darüber hinaus natürlich auch Endanwender-Doku, die wir offengestanden bei einer GUI-Applikation wie der unseren so ein bisschen haben hinten runterfallen lassen, weil wir einfach hoffen, dass es intuitiv genug benutzbar ist, dass man keine Doku dafür braucht. Und wenn dem nicht so ist, dann müssen wir das halt beheben. Und das war eigentlich bisher ein ganz guter Ansatz. Gut, jetzt habe ich am Ende doch noch ein bisschen Gas geben müssen, aber ich bin durch. Ja, Fragen. Anregungen, Hinweise, Irritationen, alles gut soweit. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, hat Spaß gemacht. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.